Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Organerhaltung beim Rektumkarzinom ist eine wichtige Frage für die Lebensqualität der Patienten. Eine neue wichtige große Studie hat gezeigt, dass die Organpräservation auch bei relativ fortgeschrittenen Tumortypen im Rektum eine gute Option ist oder sicher angewendet werden kann. Diese Studie wollen wir genau besprechen, weil sie große Implikationen hat für unsere Patienten am 15.11. mit dem Erstautor. Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme.